Im Jahre 2019 wanderten offiziell 16.340 Deutsche in die Schweiz aus. Damit steht die Schweiz bei weitem auf Platz 1 der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, gefolgt von Österreich mit gerade einmal 11.900 Auswanderungen. Dank vielen Vorteilen liegt die Schweiz auch auf Platz 1 der Auswanderungszufriedenheitsliste, gefolgt von Schweden. Und das ist angesichts der hohen Löhne, der tiefen Steuern, der direkten Demokratie und der aus all diesen Faktoren resultierende hohe Lebensqualität auch nicht verwunderlich. Da auch mein Video zum Auswanderungsprozess in die Schweiz sowie das Video über die 16 größten Vorteile eines Auswanderns in die Schweiz sehr gut ankamen, möchte ich dieses Video nutzen, um dir bei der Frage zu helfen, welcher Kanton im Falle einer Auswanderung in die Schweiz für dich am attraktivsten ist. Deshalb vergleiche ich die Kantone Zürich, Genf, Tessin, Basel-Stadt, Bern, Zug und Luzern einmal genauer in Sachen Klima, Lebenshaltungskosten, Einkommen, Lebensqualität, Steuern und Sicherheit. Natürlich sind das nur sieben der insgesamt 26 Kantone der Schweiz. Aber ich denke, dass für einen Auswanderer aus Deutschland oder Österreich diese Kantone vermutlich am ehesten in Frage kommen. Da dies von deinen persönlichen Präferenzen und natürlich auch deinem Budget abhängt, kann man nicht den absolut besten Kanton für eine Auswanderung definieren, sondern dies ist von Person zu Person unterschiedlich. Zuerst werden wir die sechs Themengebiete für jeden Kanton ansehen, gefolgt von einer Auswertung am Ende des Videos. Ich werde für jeden Kanton und Themengebiet einen Punktewert ermitteln, wobei 1 der besten Punktzahl entspricht und 0 der schlechtesten. Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und es wird ersichtlich, welcher Kanton am besten abschneidet. Vielen Dank anonymer Kanal für den Video-Vorschlag. Falls du einen bestimmten Video-Vorschlag zum Thema Schweiz hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Beginnen wir mit dem Klima. Obwohl die Schweiz ein sehr kleines Land ist, unterscheidet sich das Klima in den einzelnen Kantonen erstaunlich fest. Da das Klima selbst innerhalb eines Kantons zum Teil stark variiert, werde ich das Klima der größten Stadt des jeweiligen Kantons analysieren. Der ganzjährige Durchschnitt der Höchsttemperaturen pro Monat beläuft sich auf 14 Grad Celsius in der Stadt Zürich, dem Hauptort des gleichnamigen Kantons Zürich, 15,3 Grad in der Stadt Genf, sattes 16,6 Grad in Lugano, der größten Stadt des Tessins, 15 Grad in Basel, der Hauptort des Kantons Basel-Stadt, 13,5 Grad in Bern, nicht nur der Hauptort des Kantons Berns, sondern auch die de facto Bundeshauptstadt der Schweiz, 14 Grad in der Stadt Zug und 14,1 Grad in der Stadt Luzern. Der ganzjährige Durchschnitt der Tiefstemperaturen pro Monat liegt bei 5 Grad in Zürich, 6 Grad in Genf, 9,1 Grad in Tessin, 6,5 Grad in Basel-Stadt, 4,3 Grad in Bern, 5 Grad in Zug und 5,7 Grad in Luzern. Es sticht heraus, dass das Klima in Lugano, also dem Tessin, um einiges besser ist als in den nördlichen Kantonen. Das ist aber angesichts der südlichen Lage nicht verwunderlich. Große Teile des Tessins befinden sich südlich der Alpen, doch auch Basel ist für das gute, sonnige Klima bekannt, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Bern scheint im Gegensatz dazu ein kälteres Klima aufzuweisen. Ein weiterer wissenswerter Punkt ist die durchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden pro Tag. In Zürich liegt sie bei 4,2 Stunden pro Tag, in Genf bei 5, in Tessin bei 5,7, in Basel-Stadt bei 4,5, in Bern bei 4,6, in Zug bei nur 4 und in Luzern auch nur bei gerade einmal 3,9. Wenn man davon ausgeht, dass für einen Auswanderer aus Deutschland oder Österreich höhere Temperaturen und mehr Sonnenstunden pro Tag angenehmer sind, dann empfiehlt sich in Sachen Klima das Auswandern ins Tessin, nach Genf oder nach Basel-Stadt. Bei diesem Vergleich ist es wichtig zu erwähnen, dass ich davon ausgehe, dass eine höhere Temperatur als besser angesehen wird, wobei die Anzahl der Sonnenstunden eine doppelte Gewichtung hat als die Werte der Durchschnittstemperaturen zusammen. Addiert man den ganzjährigen Durchschnitt der Höchsttemperaturen pro Monat, den ganzjährigen Durchschnitt der Tiefstemperaturen pro Monat, sowie die Anzahl der Sonnenstunden multipliziert mit 4, so stellt sich heraus, dass in Sachen Klima das Tessin deutlich am attraktivsten ist. Deshalb erhält das Tessin die Punktzahl 1, gefolgt von Genf mit 0,467, Basel-Stadt mit 0,333, Bern mit 0,089, Zürich mit 0,059, Luzern mit 0,03 und Zug mit 0, da dort das Klima am kältesten ist. Der nächste Punkt sind die Lebenshaltungskosten. Hier vergleiche ich die Lebenshaltungskosten jeder grössten Stadt mit der Berlins und gebe jeweils den Faktor an. Wer beispielsweise mit 2.000 Euro pro Monat in Berlin über die Runden kommt, der benötigt in Zürich über 3.800 Euro für denselben Lebensstil. Somit lassen sich die Lebenshaltungskosten in Berlin mit dem Faktor 1,9 multiplizieren, um die Lebenshaltungskosten Zürichs zu erhalten. Oder in anderen Worten, das Leben in Zürich ist um 1,9 mal teurer als das Leben in Berlin. Dieser Faktor ist ein guter Richtwert dafür, wie viel du in der größten Stadt des jeweiligen Kantons ausgeben wirst. Multipliziere einfach deine aktuellen Lebenshaltungskosten, davon ausgehend, dass du in Berlin wohnst, mit dem Faktor der jeweiligen Stadt und du wirst abschätzen können, wie teuer dein Leben in diesem Kanton sein wird. Der Faktor für Zürich beläuft sich auf 1,9, der für Genf auf 1,854, der für das Tessin auf 1,68, Baselstadt auf 1,735, Bern auf 1,606, Zug auf ganze 2,154 und Luzern auf 1,996. Das Leben in jeder dieser Städte ist also, wer hätte es gedacht, deutlich teurer als das Leben in Deutschland. In Zug sogar über das Doppelte. Ein Grund für die hohen Lebenshaltungskosten in Zug sind die unglaublich tiefen Steuern in diesem Kanton. Doch die Steuern werden wir uns gleich anschauen. Zu erwähnen gilt es, dass in diesem Vergleich tiefere Lebenshaltungskosten als besser angesehen werden. So erhält Bern mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten einen Punkt, gefolgt vom Tessin mit 0,865, Baselstadt mit 0,765, Genf mit 0,547, Zürich mit 0,464, Luzern mit 0,288 und Zug mit 0, da das Leben dort am teuersten zu sein scheint. Kommen wir nun zum Einkommen. Hier untersuche ich das jährliche Reiheneinkommen pro steuerpflichtige Person im ganzen Kanton im Jahr 2016. Ich runde diese Zahl auf die Tausenderstelle. Das Einkommen pro steuerpflichtige Person beläuft sich auf 95.000 Franken in Zürich, 107.000 Franken in Genf, 80.000 Franken im Tessin, 92.000 Franken in Baselstadt, 75.000 Franken in Bern, 126.000 Franken in Zug und 79.000 Franken in Luzern. Wie es zu erwarten ist, ist der Kanton Zug in dieser Hinsicht nicht nur auf Platz 1 dieses Vergleiches, sondern auch auf Platz 1 der gesamten Schweiz. Das ist nicht verwunderlich, denn die tiefen Steuern ziehen gut verdienende Personen an. Deshalb erhält Zug einen Punkt, Genf 0,627, Zürich 0,392, Baselstadt 0,333, Tessin 0,098, Luzern 0,07 und Bern 0, da man in Bern am wenigsten zu verdienen scheint. Sehen wir ein kurzes Zwischenfazit. Betrachtet man das Klima, die Lebenshaltungskosten und das Einkommen im Kanton, so führt das Tessin mit einem rechten Vorsprung. Gefolgt wird das Tessin von Genf, Baselstadt, Bern, Zug, Zürich und Luzern. Mal sehen, wie sich diese Rangfolge bei Inbetrachtnahme der Lebensqualität, der Steuern und der Sicherheit verändert. Meist ist das Motiv hinter einer Auswanderung die Erhöhung der Lebensqualität. Werfen wir also einen Blick auf einen Lebensqualitätsindex und vergleichen wir die Schweizer Kantone in Sachen Lebensqualität. Nach dem Mercer Lebensqualitätsindex des Jahres 2019 führt Zürich nicht nur schweizweit, sondern besetzt auch den weltweit zweiten Platz hinter Wien. Genf liegt auf dem weltweit neunten Platz, Basel auf dem zehnten und Bern auf dem vierzehnten Platz. Leider konnte ich keine Daten zu dem Tessin, Zug und Luzern finden. Deshalb setze ich die Lebensqualität auf den Wert von Bern. Aufgrund eigener Erfahrung schätze ich, dass sich die Lebensqualität dieser Kantone nicht groß von der Lebensqualität der Bundeshauptstadt unterscheidet und diese Kantone international gesehen vermutlich auf etwa gleicher Stufe platziert sind. Natürlich verfälscht das diesen Vergleich etwas, aber angesichts der fehlenden Daten bleibt mir wie gesagt nicht wirklich viel anderes übrig. Sehr wichtig zu erwähnen ist es, dass es unzählige Lebensqualitätsvergleiche gibt, die verschiedenen Faktoren unterschiedlich stark gewichten. Ebenfalls machen in diesem Thema kleine Unterschiede in der Lebensqualität sehr große Unterschiede in der Punktzahl aus. Da Zürich die höchste Lebensqualität aufweist, erhält es einen Punkt, gefolgt von Genf mit 0,417, Baselstadt mit 0,333 und Bern, Tessin, Zug und Luzern mit 0 Punkten. Einer der größten Vorteile eines Auswanderns in die Schweiz, unabhängig ob du aus Deutschland oder aus Österreich auswanderst, sind die tiefen Steuern. Deshalb denke ich, dass es für dich interessant ist, wenn wir die Kantone auch auf ihre Steuern untersuchen. In der Schweiz ist die Steuerbelastung nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Deshalb werde ich die durchschnittliche Steuerbelastung aller Gemeinden des jeweiligen Kantons angeben. Zusätzlich ist die Steuerlast abhängig vom Zivilstand und Anzahl Kindern. Gehen wir von der Durchschnittsfamilie Müller aus. Müller ist übrigens der häufigste Schweizer sowie der häufigste deutsche Familiennamen. Die Familie Müller hat zwei Kinder und beide Eltern sind erwerbstätig. Gemeinsam erwirtschaften Herr und Frau Müller jährlich 150.000 Franken. In Zürich müsste Familie Müller im Durchschnitt eine Steuerlast von 8,33% tragen. Die Steuerlast in Genf beläuft sich auf 9,05%, im Tessin auf 9,49%, in Baselstadt auf 12,46%, in Bern auf 13,58%, in Zug auf unschlagbare 3,96% und in Luzern auf 11,21%. Vergleiche diese Werte mal mit der Steuerlast Deutschlands, die sich auf fast 50% beläuft, oder der Steuerlast Österreichs von fast 48%. Zugegeben, nicht mit inbegriffen, sind die monatlichen Ausgaben für die Krankenkasse, die sich im gesamtschweizerischen Durchschnitt aller Modelle auf etwa 330 Franken monatlich beläuft. Familie Müller müsste in der Schweiz diese Kosten zusätzlich zur Steuerlast tragen. In Deutschland oder Österreich sind diese in den Steuern inbegriffen. Dennoch scheint die Schweiz unschlagbar attraktiv in Sachen Steuern zu sein, allen voran der Kanton Zug. Deshalb erhält dieser Kanton einen Punkt, gefolgt von Zürich mit 0,546, Genf mit 0,471, das Tessin mit 0,425, Luzern mit 0,246, Baselstadt mit 0,116 und Bern mit 0 Punkten. Tendenziell sind die Steuern in den Städten ja höher als in den ländlicheren Gemeinden. Deshalb wäre es für Familie Müller steuerlich besser, nicht in die Gemeinde des Hauptortes zu ziehen, sondern vielleicht eine an den Hauptort grenzende Gemeinde. Für Familie Müller ist die Sicherheit ein weiterer wichtiger Punkt, denn die Kinder gehen noch zur Schule. Schauen wir uns deshalb die Anzahl Straftaten des jeweiligen Kantons pro 1.000 Einwohner im Jahre 2019 an. Ich denke, dass dieser Wert dir einen guten Überblick über die im Kanton herrschende Sicherheit gibt. In Zürich bedief sie sich auf 59,9 Straftaten, in Genf auf 95,1, Tessin 40, Baselstadt ganze 109, Bern 52,1, Zug 32,2 und Luzern 41,8. Es sticht heraus, dass vor allem der Kanton Basel-Stadt, aber auch der Kanton Genf im Vergleich zu den anderen Kantonen, eine erstaunlich hohe Kriminalität aufweist, während Zug besonders sicher zu sein scheint. Doch keine Sorge, auch Basel ist um einiges sicherer als so manch andere Stadt in den Nachbarsländern der Schweiz. Der sicherste Kanton ist übrigens der Kanton Glarus, mit nur 16,8 Straftaten. Zug erhält also einen ganzen Punkt, gefolgt vom Tessin mit 0,989, Luzern mit 0,875, Bern mit 0,741, Zürich mit 0,639, Genf mit 0,181 und Baselstadt mit 0 Punkten. Jetzt kann man sehen, dass das Tessin, allem in allem, den ersten Rang dieses Vergleiches besetzt und damit als dieser Kanton gilt, der für eine Auswanderung, zumindest unter diesen Faktoren, am attraktivsten erscheint. Mit einem Totalwert von 3,377 weist es doch einen ordentlichen Vorsprung vor Zürich auf. Gefolgt wird der italienischsprachige Kanton von Zürich, Zug, Genf, Basel-Stadt, Bern und Luzern. Ziehen wir ein kurzes Fazit zu jedem Kanton. Der Kanton Luzern scheint, verglichen mit den anderen Kantonen, in keinem Themengebiet wirklich gut abzuschneiden. Jedoch ist die hohe Sicherheit in diesem Kanton ein Vorteil. Abgesehen von der Lebensqualität, wo keine Daten zur Verfügung stehen, schneidet dieser Kanton aber in keinem Thema am schlechtesten ab und kann überall etwas Punkte abräumen. Der Kanton Bern kann vor allem mit den günstigen Lebenshaltungskosten punkten. Keiner dieser Kantone weist tiefere Lebenshaltungskosten auf. Und auch in der Sicherheit ist Bern ganz gut unterwegs. Jedoch sind die tiefe Einkommen, die hohen Steuern und das nicht allzu gute Klima Nachteile. Der nächste Kanton ist Basel-Stadt. Vor allem die tiefen Lebenshaltungskosten sind ein Vorteil. Ansonsten ist Basel in jedem Themengebiet im unteren Mittelfeld und hat vor allem in Sachen Steuern und Sicherheit einiges nachzuholen. Dennoch ist Basel, vor allem dank der Nähe zu Deutschland, für deutsche Auswanderer nicht unattraktiv. Nicht zuletzt dank der grossen Pharmaindustrie, die in dieser Stadt herrscht. Der nächste Kanton ist Genf. Genf kann in jedem Themengebiet Punkte abräumen und befindet sich überall etwa im Mittelfeld. In diesem Vergleich erscheint Genf als attraktiver Kanton, jedoch besteht in der Sicherheit Aufholbedarf. Zu erwähnen gilt es, dass im Kanton Genf Französisch gesprochen wird, was du als Auswanderer beachten solltest. Zug befindet sich auf Platz 3. Der kleine Kanton in der Zentralschweiz weist eine sehr interessante Punkteverteilung auf. Während Zug wegen dem schlechten Klima, den hohen Lebenshaltungskosten sowie der nicht ermittelten Lebensqualität Nullpunkte erhält, räumt es in Sachen Sicherheit, Steuern und Einkommen jeweils einen ganzen Punkt ab, ist also der attraktivste Kanton in dieser Hinsicht. Auch die geografische Nähe zu Zürich ist ein Vorteil. Zug hat definitiv viel zu bieten und ist ein attraktiver Kanton. Zürich folgt mit nur einem kleinen Vorsprung. Zürich punktet in jedem Themengebiet, vor allem aber in der Lebensqualität. Als Einwohner stärkster Kanton der Schweiz weist es eine entsprechende wirtschaftliche Bedeutung auf. Dies macht Zürich den erstplatzierten deutschsprachigen Kanton dieses Vergleiches. Jedoch ist das Klima in Zürich nicht das Beste. Das Tessin ist der Kanton, der für eine Auswanderung am attraktivsten erscheint. Es räumt Bestwerte in Klima und Sicherheit ein, aber auch die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise tief. Die Steuern sind ebenfalls nicht allzu hoch. Dafür ist aber auch das Einkommen nicht wirklich beachtlich. Die Tatsache, dass man im Tessin Italienisch spricht, gilt es bei einer Auswanderung zu beachten. Du siehst also, dass die Schweiz sehr vielfältige Kantone aufweist, die sich stark unterscheiden. Alle Kantone weisen ein unterschiedliches Profil auf und nur du selbst kannst sagen, auf welche Eigenschaften du Wert legen möchtest und welcher Kanton somit am besten zu dir passt. Ebenfalls waren das nur 7 von insgesamt 26 Kantonen der Schweiz. Vielleicht lohnt es sich also auch einen Blick auf die anderen Kantone zu werfen. Insbesondere Schwyz, Graubünden, Aargau, St. Galen oder Basel Land. Alle Quellen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass ich bei der Entscheidungsfindung des Auswanderns in die Schweiz helfen konnte und freue mich auf deinen Kommentar. Bis nächsten Donnerstag und danke fürs Zusehen.